doch mal Willkommen zu meinem neuen Projekt wir spielen SCP Containment Breach und wir starten Ich habe es davor schon ein paar Mal gespielt aber nur wegen der Steuerung und ich hab das erste Level überhaupt also die erste Ebene habe ich gar nicht geschafft hier das und ich versuche das jetzt mal zu packen Die Stimme ist schon ziemlich laut Ich hoffe man hört mich trotzdem Das Schlimme an dem Spiel ist wenn man von dieser Figur erwischt wird Ja rede 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 bla 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 Oh mein Gott mach auf! Mach doch auf! Das an dem Spiel ist das hinterlistige wenn man von diesem komischen Ding erwischt wird ist man tot Blablabla bla 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 bisschen ruhiger geworden. Also ich habe null Plan, was hier zu machen ist. Okay. Oh nein, nicht du bitte, nicht du. Oh mein Gott. Ist er weg? Ah, fuck. Leck mich doch, ey. Kann man nicht irgendwie gerade den ganzen Spaß wieder von vorne? Pallying, ja. Ne, permanent death. Du musst doch mal lieber diss, oder? Bin ich jetzt wieder ganz von vorne? Okay. Kommt rein, die Orangenen, Menschen. Hallo, du ohne Gesicht und du ohne Gesicht. Äh, lauf, 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 lauf. Mach rauf, mach rauf, mach rauf, mach rauf. Oh mein Gott, das ist zu krass. Den Download-Link findet ihr in der Beschreibung. Okay, was haben wir denn da? Batterien? Lesen wir das hier mal. Ja, wenn das Ding mal die Fresse halten würde. Moment, ich kümmere mich gleich dran. Hä? Hä? Oh mein Gott! Hä? Irgendwie verändert sich das hier. Kann das sein? Irgend... Wie das... Weil... Okay, ich probier's einfach mal. Da 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 da. Ah da! Fuck! Ich hab mich grad zu erschreckt. Oh nein! Ganz von vorne! Also war das da richtig, okay. Ach so. Lars. Also ich hoffe mal, dass ich auch weiterkomme als da. Irgendwann mal. Oh, jetzt kommt schon wieder diese neffige Stimme, ey. Warum nervst du so? Lass sie sehen, personal. Please enter the containment chamber. Please enter the containment chamber. Please enter the containment chamber. Nö, hast du nicht gesehen. Du bist dran schuld. Du bist es. Du bist es. Was bist du eigentlich für ein Ding? Please approach SCP-173 for testing. Schnell weg hier. Schnell weg hier! Schnell weg hier! Lass mich doch mal durch! The door is not responding to any of our attempts to close it. So, um... Please maintain a direct eye contact with SCP-173 and wait for Furnimente to escape. Mach rauf bitte, mach rauf! Oh my god. Oh my god. Hä? This side is experiencing multiple Keto and Yukon level containing breaches. Full side lockdown initiated. Guck, jetzt sieht das hier schon wieder anders aus. Guck. Alter. Ja klar. So. Okay, mir kann ich glaube ich nicht nehmen. Okay. Oh nein. Och, schon wieder hier, ey. Gerade eben ist er voll rausgeschossen gekommen. Hier war doch gerade ein Hebel. Okay. Was war das denn? Anscheinend kann er durch Wände gehen. Würde ich mal sagen. Oh mein Gott. Och man. Wollen die mich hier verarschen, ey. Schon wieder hier. Und jetzt ist der Boden auch noch schwarz. Jetzt nicht mehr. Hä? Das buggt irgendwie gerade. Leckt irgendwie. Verbuggered. Hä? Was ist denn jetzt los? Okay, ich beende mal die Aufnahme für dieses Mal und... ... Doch, ich beende die Aufnahme.